Du denkst, die Bands Culture Candela, Anna F. und die Vermummten haben nichts gemeinsam? Oh doch, sie alle waren bereits mit dem Red Bull Brandwagen unterwegs und haben die Menge gerockt. Nun bekommst du und deine Nachwuchsband die einmalige Chance bei einem der Vorrunden-Battles auf der Red Bull Brandwagen Stage zu performen und dich ins Finale zu rocken. Bewirb dich jetzt mit einer Hörprobe und sei bei einem der Red Bull Brandwagen Rock den Schulhof Stops in deiner Nähe mit dabei. Alle Infos findest du unter www.redbull.at slash rockt den Schulhof.